Und herzlich willkommen zu einem weiteren Clash of Clans Video. Diesmal eine Kobold Mission. Die nach Fikova, wo ist das? Da, Kobold Campus. Da braucht ihr nur 5 Baban. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Also Pro-Bogen-Schützen, Turm 5, Baban und 3-Bogen-Schützen. Das sollte 100% reichen. Dann setzt ihr da ein Baban. Und dann noch ein paar, um die Kanonen zu zerstören. Und das sollte dann auch eigentlich reichen. Dieser Minwerfer konzentriert sich jetzt auf die oberen Truppen. Und die unteren zerstören dann ganz schön den Minenwerfer. Ihr braucht ungefähr 30 Baban und 30 Bogenschützen. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Video. Also,这样 raus, deaf. Vielen Dank.